Einen Töpung werden Sie gleich jetzt erleben, das 100 Meter Duell zwischen Olympiasiegerin Evelyn Ashford und zwischen der Weltmeisterin Marlies Goehr. Weltrekord hat drin in Töpung 1.0 und Westport vor Goehr. Jetzt kommt Marlies Goehr, aber 1.0 die Farne aus der Olympiasiegerin gewinnt. Es ist der 77 Weltrekord. Der erste Weltrekord gleich zu Beginn dieses heutigen Meetings. Unglaublich! Das ist natürlich der Knalleffekt des heutigen Abends. Ja, wer hätte sowas geglaubt?